Wie man jede neue Beziehung zerstört Von Dr. Jim Richards Übersetzt von Silvia Ranshow Gelesen von Stefan Binsch Auf der Grundlage unserer Lebenserfahrungen entwickeln wir ein Paradigma, eine eigene Sicht von der Welt. Während wir verschiedene Erfahrungen machen, fällen wir Urteile. Damit bestimmen wir, warum diese Dinge geschehen. Aus dieser Sünden-Natur treffen wir Entscheidungen immer aus einer selbstbezogenen, ich-zentrierten Perspektive und fragen uns, warum das mit mir passiert ist. Schon als Kind tendierten wir dazu, jede Erfahrung danach zu beurteilen, welche Bedeutung sie für uns hat. Aus dieser Sünden- bzw. Angst-Natur interpretierten wir jedes Ereignis in unserem Leben so, als ging es dabei nur um uns. Danach haben wir die Welt so interpretiert gleich, wie wir diese Erfahrungen beurteilt haben. Es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass bereits vor dem fünften Lebensjahr das Bild, das wir von uns selber machen, festgelegt ist. Denkt mal darüber nach. Aufgrund unseren Erfahrungen und auf uns bezogenen Urteile haben wir unser Weltbild entwickelt, lange bevor wir das Erwachsenenalter erreicht haben. Die Bibel lehrt, dass alle Kinder mit einer Sünden-Natur geboren sind. Das bedeutet nicht, dass jedes Kind wünscht, böse zu sein oder zu sündigen. Einfach gesagt bedeutet es, dass jedes Kind grundsätzlich von Geburt an ängstlich ist. Die Sünden-Natur dreht sich um das Selbst. Weil die Angst im Wesen subjektiv ist, stellt sie das Ich in den Mittelpunkt der persönlichen Erfahrung. Die Person mit der Sünden-Natur interpretiert daher alles subjektiv. Stets geht es um mich. Das subjektive Weltbild wurde festgelegt, bevor wir die Reife hatten, zu erkennen, dass sich nicht alles um uns dreht. Selbst wenn wir feststellen, dass nicht alles um uns geht, erkennen wir nicht, dass unser Weltbild auf eine ich-zentrierte Denkweise gegründet wurde. Wir wissen nicht, woher unsere Welt an sich kommt. Wir wissen einfach, dass wir die Dinge eben so sehen und das bildet die Grundlage für unser Selbstbild und unser gesamtes Handeln. Deshalb ist es so wichtig, dass Gläubige ihren Sinn erneuern. Wir müssen die Welt im Licht unserer neuen Identität in Jesus Christus interpretieren. Wir müssen Jesus zuerst ins Zentrum stellen, bevor wir die Welt betrachten können. Wir müssen uns von unserem sündigen, selbstzentrierten Urteil, das wir über die Welt gefällt haben, verabschieden. Das bedeutet, dass wir alle unsere Interpretationen von der Vergangenheit überdenken und uns von allen Urteilen trennen müssen, die wir über Menschen und Ereignisse gefällt haben. Sonst bleiben wir in unseren aktuellen Ansichten und Meinungen gefangen, was es uns unmöglich macht, unseren Sinn zu erneuern. Unsere Vorstellungen davon, wie ein Vater, eine Mutter, ein Ehepartner und vielleicht auch ein Freund sein sollten, sind schon gemacht. Aufgrund unserer Erfahrungen und Urteile haben wir bis zu einem gewissen Grad schon über unser Schicksal entschieden, bevor wir die Pubertät erreicht haben. Hat keine Herzensveränderung stattgefunden, sind die meisten unserer wichtigen Entscheidungen im Leben dadurch vorbestimmt, wie wir die Welt und uns selbst sehen. Kinder, die in Familien aufgewachsen sind, in denen kritische Äusserungen die Norm war, werden für den Rest ihres Lebens davon beeinflusst, wie sie diese Kritik beurteilt haben. Ein Junge mag darüber folgendermassen urteilen. Meine Mutter kritisiert mich, weil sie mich liebt. Dieses Urteil kann schon im Voraus darüber entscheiden, welche Art von Frau er heiraten wird. Wenn er sich nach Liebe ausstreckt, wird er jemanden suchen, der ihn kritisiert. Denn so hatte er die kritischen Äusserungen seiner Mutter beurteilt. Nach seiner Ansicht ist Kritik gleichbedeutend wie Liebe. Aber dann kann er nicht verstehen, warum er in der Beziehung als Erwachsener so unglücklich ist. Das Mädchen, welches darüber urteilt, dass jede Art von Kritik eine Form von Ablehnung ist, wird gezwungen, in eine andere Richtung zu wählen. Sie wird jeden meiden, der versucht, Qualität oder Richtungsweisung in ihr Leben zu bringen. Möglicherweise sucht sie sich einen Ehepartner aus, der keine eigene Meinung hat, der sich vor Konfrontationen fürchtet und der nicht mitteilt, wie er die Dinge sieht. Sie würde verurteilt sein, mit einem Partner zusammenzuleben, der nicht kommuniziert. Da sie unglücklich mit diesem Menschen ist, der ihr so emotionslos erscheint, versteht sie nicht, wie sie sich jemals zu ihm hingezogen fühlen konnte. Da wir bereits entschieden haben, wie die Rollen im Leben verteilt werden sollen, suchen wir in jeder neuen Beziehung nach unserer Vorstellung, wie ein Freund ist. Wir haben bereits eine Definition davon, welche Art Mensch das sein wird. Vieles davon geschieht unbewusst. Es steuert jedoch eindeutig den Verlauf unseres Lebens und dabei dreht sich alles um Urteile. Dies erklärt, warum Jesus in seiner Lehre über das Herz sagt, dass wir von dem, was wir haben, mehr bekommen werden, sei es gut oder schlecht. Siehe im Markus-Evangelium Kapitel 4, Verse 24 und 25 Wenn wir nicht das Wort Gottes in unsere Herzen säen und damit das ändern, was wir in unserem Herzen glauben, sind wir dazu verurteilt, die Muster unserer Vergangenheit zu wiederholen und dieselben schmerzhaften Erfahrungen immer wieder zu erleben. Beziehungen sollten Orte der persönlichen Entwicklung sein. Sie sollen uns herausfordern und anregen. Sie sollen uns für die vielen neuen Facetten des Lebens öffnen. Wenn wir neue und unterschiedliche Menschen kennenlernen, haben wir die Möglichkeit zu wachsen wie nie zuvor. Unser Problem besteht jedoch darin, dass wir so viele Urteile fällen, bevor wir neue Menschen wirklich kennenlernen, dass wir diejenigen, die ausserhalb unseres Paradigmas stehen, nur selten in unseren Gefühlskreis lassen. Wir haben unsere Ansichten darüber, was ein guter Freund und was ein schlechter Freund ist. Zu dieser Ansicht sind wir durch unsere Urteile gekommen, die wir stets unser ganzes Leben lang fällen. Aufgrund unserer urteilenden Ansicht werden wir jede neue Bekanntschaft entweder akzeptieren oder ablehnen, bevor wir diesen Menschen wirklich kennengelernt haben. Deshalb verfallen Menschen in ihren Beziehungen in immer wiederkehrende Muster. Sie haben bereits entschieden, welche Art von Menschen sie akzeptieren und welche sie ablehnen werden. Dies ist einer der Gründe dafür, dass wir in unseren Beziehungen immer wieder den gleichen destruktiven Mustern folgen. Die meisten Studien stimmen darin überein, dass Menschen nie eine dauerhafte Veränderung erreichen werden, wenn sie nicht resozialisiert werden. Die Bibel ist sehr deutlich, was die Auswirkungen von Gemeinschaft und Sozialisierung auf unser Denken und Handeln angeht. Menschen, die gottgemäße Entscheidungen treffen, werden diese nie bis zum Ende durchziehen, wenn sie nicht mit Menschen Gemeinschaft pflegen, die ihre Entscheidungen emotional unterstützen können. Leider halten uns unsere Urteile unser ganzes Leben lang in dem gleichen sozialen Umfeld fest, was Veränderung praktisch unmöglich macht. In diesem sozialen System bleiben wir in einem Bereich, in dem wir uns sicher fühlen. Mit anderen Worten, wir achten darauf, dass es so bleibt, wie es immer war, und wundern uns dann, warum sich nie etwas verändert. Da wir nicht mit unterschiedlichen Menschen interagieren, werden wir nie herausgefordert. Wir sind nicht gezwungen zu wachsen. Wenn wir dann neue Menschen treffen und uns zu ihnen hingezogen fühlen, sind es dieselbe Art von Freunden, die wir schon in der Vergangenheit hatten. Nur die Namen und das Äußere haben sich verändert. Für die Person, die in ungesunden Beziehungen feststeckt, bestätigt dieser Zyklus irrtümlicherweise ihre Ängste und Befürchtungen. Sie glaubt dann wirklich, dass alle Menschen gleich sind. Sie denken, es gibt keine Realität, außerhalb meiner bisherigen Erfahrungen. Schliesslich ist jeder Mensch, mit dem ich zu tun habe, genauso wie die anderen Menschen, die ich bereits kenne. So werden die falschen Urteile über alle Männer, alle Frauen, alle Weissen, alle Schwarzen usw. immer wieder fälschlicherweise von Neuem verstärkt. Wir brauchen neue Beziehungen zu unterschiedlichen Menschen, damit wir wachsen und aus unseren gewohnten Verhaltensmustern ausbrechen können. Wir brauchen Menschen mit unterschiedlichen Verhaltensstilen. Wir brauchen Menschen mit unterschiedlichen Charakterentwicklungen. Wir müssen lernen, alle verschiedenen Arten von Menschen zu akzeptieren. Nicht jede Person, jede direkte Person wird sie verletzen. Nicht alles an inspirierenden Menschen ist schlecht. Lernen Sie neue Menschen kennen und vermeiden Sie Wiederholung vergangener Schmerzen. Amen. Musik 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 Vielen Dank.